heute habe ich einen Überraschungser. Wir hatten ja mit der Nekdommer-Zeitschrift angefangen. Und dort packen wir das aus. Oh, die Schokolade sieht wieder so lecker aus. Ich konnte sofort reinbeißen. Eine Figur, aber das ist Po. Natal-Kupfu-Panda. Aber höchstens mal eine Figur. Jetzt habe ich eine doppelt. Ich habe doch noch gar keine doppelt. Ich habe ja mal eine Figur-Panda-Sammlung gezeigt. Und da hatte ich keinen doppelten. Doch jetzt... Habe ich hier den... Po... Oh, hier. Herr, warum schlagt der nicht? Ach ja, hinten ist ja noch was zu sehen. Ja, der Po ist, glaube ich... Na ja... So kann... Der muss doch jetzt schlagen! Das Gummiband sollte erstmal langsam und nicht dünn sein. Na ja, wir sehen uns bei einem nächsten Video. Hier gibt es auch einen Beipackmittel, den kann ich vorlesen. Von seinem Pflichten als Nudelmacher-Lehrling in seinen Vaters... In dem Bund ist Po nun der legendäre Drachenkrieger und hat schon ein paar Mal die Welt gerettet. Aber trotzdem, alle Bewunderung ist Po immer noch derselbe bescheidene Panda. Also... Gute Beipackzeichen! Jetzt ist unser Po! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Auf Wiedersehen! Tschüss! Kom Vielen Dank.